hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom eras total conquest mod für medieval 2 let's play wir sind am mekka einnehmen gewesen haben es geschafft und haben immer noch krieg mit den ägyptern und wollen ja auch noch den oströmern ja ein bisschen aufhalten also sie einfach nicht zu wachsen lassen weil die sind jetzt relativ gut schon genau das müssen wir schaffen sonst haben wir keine chance so der will wieder runter ja im jahr 970 haben wir begonnen und ist alles noch ein bisschen fast römisch gewesen also die zwei länder oder das heilige römische reich und das oströmische heilige reich oder so deutsch sind noch da gewesen und ja die haben schon große truppen die sehen aber aus als würden sie von deutschland kommen also vom heiligen römischen reich gut ok ja wir müssen taktisch vorgehen weil es gibt viele königreiche die sehr gute bündnisse haben aber so jemanden angeht nicht wir müssen einfach die türken ein bisschen unterstützen so hier ist wohl haben wir hier oben und der geht was ich könnte vielleicht dieses volk noch angreifen damit ich bin mehrlein dreien dann habe wir gehen hier hoch und schauen uns da mal ein bisschen um da oben müssen ja das ist auch creepy sonst haben wir noch ein wachtturm hier könnte noch eine stadt sein also sonst haben wir eigentlich alles gemacht oder gerade müssen wir nicht so viel machen wir sind hier noch irgendwo eine stadt oder so es kann sein aber müssen mindestens eine burg noch haben das ist auch eine town das ist jetzt momentan die hauptstadt ok die kreuzzüde ja külzung ok jo ich habe schon vor noch mal seine stadt zu erobern von land gibt dann aber ja wir müssen wie mehr stärkere krieger haben das ist das problem ich habe jetzt noch nicht so das gefühl ich könnte eine weitere stadt erobern also machen wir einfach mal weiter und schauen mal wie das geht am besten die burg muss halt noch wachsen stimmt und dann müssen wir dort alle soldaten mal hinschicken und verbessern mal gucken wie es mit dem geld geht wir haben 5500 also die greifen nicht an die ägypten das ist nicht gut okay die haben cordoba und glaube ich leon als gegner und ja noch viel mehr aber die weiter wechseln denen geht es jetzt nicht um uns wahrscheinlich also die stelle das ist sehr gut sind die besser die sind defensiv auf jeden fall ich mache aber noch nicht weil ich einfach zuerst mal indian den soldaten verbessern sollte und schau dass einfach momentan die stadt wieder wächst ja kostet zwar viel aber müssen wir machen so und das ist jetzt gekommen den haben wir gesagt geht nach norden wir haben wenig truppen hier können wir hier irgendwo gut geld verdienen und dann zwölf 28 400 wie gehen wir dort das ist ja klar wie klosbühe so ich bin immer noch ein bisschen krank ähm jo wir müssen die soldaten unbedingt hochkriegen wer greift jetzt an ich verstehe manchmal die k.i. nicht so bei diesen spiel greifen einfach plötzlich an ähm wir müssen hier beschützen so ja haben die zwei so und dann haben wir noch bulgarien mit Kevin Ross okay haben sich alliiert gut ähm ja da haben wir in der nächsten runde wie das geht noch einige zeit und hier können wir nix machen also eventuell Tscheda zur Burg machen wenn es wirklich extrem wird und wir müssen jetzt noch ein bisschen nach Osten gehen wie ihr wünscht okay das die Stadt ist noch türkisch okay ist das nicht mal ein Ding gewesen Osterheimisches Reich und das ist eine Burg ja gut ähm hier oben haben wir noch zwei oder eines äh der Spion ist runter also da haben wir einen hier okay dann hier noch mit Polen etwas machen und ja Jans geht nicht okay können wir nix machen hier also Kevin Ross müsste eigentlich hier oben sein oder was ist auch polisch gehen wir einfach mal den Weg in den Plan gut also der singt eben ziemlich gut der sollte langsam mal ja das bringt nichts ich zurückkomme ähm ja und dann haben wir alles oder geht immer so schnell aber wir machen jetzt auch nicht so viel kompliziertes okay ja da müssen wir noch ein bisschen warten bis wir das hingehen wenn die auf dem Weg sind okay gut machen wir es schön aha okay die greifen jetzt Antioch an Antioch ja das ist früher Antioch ist wahrscheinlich so ja wahrscheinlich der englische Name gut so ah also die sind weg jetzt warten wir uns trotzdem mal in die Base und nehme eben einfach mal die Titel weg wenn es geht ja das hat einfach nicht ähm Leute oder Hunde Hunde geht auch nicht ja ma wir werden doch verstärken also er muss einfach hier bleiben so er ist der Prinz glaube ich wir können das nachschauen doch die Kämpfer hat er mehr er ist einfach der Jüngste von den von den von den Söhnen so Finanzen sind wieder ein bisschen runter klar ja PT also als nächstes hier in Medina machen wir mal nichts da müssen wir ah das ist ja der Wut und Wohl zum Upgraden genau da haben wir Mekka schon mal ja bessere Religion und hier müssen wir etwas machen Mekka muss noch wachsen gut also Mekka geht's gut also ich müsste eigentlich das Militär nach oben bringen aber hier hat's niemanden muss ich ihn nach unten bringen und ja er kann noch laufen machen wir doch mal so ja das reicht die nach oben oder nein die hier nach oben und du nimmst noch die zwei Reiter nach den schlechten Sultaten die noch wenig Truppen haben eigentlich und genau ein Imam jetzt so das ist sehr wichtig hier haben wir schon einen Imam können wir Diplomaten machen ja geht ihm mal ein bisschen ausschauen wo sind hier die Linien hier gibt's gar keine Linie dazwischen ja es ist wirklich nur hier oben an der Stadt ist das die Linie ja das ist die Linie ok dann ist das noch im Königreich von Jeddah zum Ding im Landkreis gut also England hat Krieg mit Irland und Schokland ok sind die gut geworden England ja und da hat's nochmals 15 Handel bekommen so was ist das das ist auch wieder ein Tempel müssen wir eigentlich hier nicht unbedingt machen wir haben 95 so und jetzt verdienen wir auch wieder sehr viel Geld hier ist eine Stadt auch ein Kübkack gehen wir doch mal aus aha also hier rum und hier müsste dann irgendwie rauskommen ok das ist weiß sind das noch Rebellen keine Ahnung also St. Petersburg ist hier oben irgendwo hier dort könnte es sein ja ist aber noch nicht vorhanden also ja wird wahrscheinlich schon ein bisschen bewohnt sein aber ich denke nicht so groß also können wir kurz speichern meinen Gott so nein so gut jo schöne Musik also ich tue mal versuchen dann mit dem mit der großen Truppe dann anzugreifen also wir müssen hier hochkommen also mit diesen werde ich dann mal versuchen die Stadt anzugreifen aber die Stadt nicht belagern einfach so ja so endlich der große Palast das heißt wir haben ganz viele wir haben sogar ein Large Stonewall aber kostet zu viel wir müssten jetzt gerade wieder sparen wir verdienen eben ziemlich viel mehr 400 mehr aber es ist eine Harsha Shim oh das ist die Assassinen Rede ich möchte die eigentlich machen ich will einfach mal versuchen wie erfolgreich ein Assassiner sein kann und so einfach ein bisschen herumspielen bei den Feinden und vor allem die Kaufmänner töten so und Diplomaten vielleicht so ja in Mekka müssen wir nichts machen gut also wir haben jetzt eben die Soldaten gemacht wir haben hier den Spion der Spion möchte gerne wieder zurück gehen zur Hauptstadt weil er den okay die haben keine umhang es ist der Wille des Sultans okay wir könnten eigentlich zuerst ein bisschen Ägypten stören und dann noch ähm und dann die öströmischen die sind warm ja ich hätte die G eigentlich früher machen sollen die dauert nicht so lange 489 sogar also was wollte ich gerade noch nachschauen ja Spionen können nicht mehr machen Karawanenschupp ja so Kamelreiter werden eigentlich auch effektiv aber ich denke die sind zu schwach defensiv ähm hier können wir sie nicht machen also dann haben wir noch die Diplomaden was ist der Wille des Sultans da muss doch eine Stadt liegen oder hier ist gar nichts das bringt nichts aber da müsste die Stadt sein vielleicht okay ähm ja wir haben hier eben nichts zu bewegen noch nichts mehr da haben wir doch einen Diplomaten gehabt wo ist der hin der Diplomat der ist ja hier sicher nicht der ist irgendwo hier zurück gekommen gell da bin ich mir gar nicht mehr so sicher oder ich habe ihn einfach nach oben ich glaube das ist der der da oben ist so dann haben wir noch den Imam gut und ja ich denke das ist der da oben ja genau so hier ist ein Nachtum wir könnten auch mal Wachtürme aufstellen ja nicht schlecht zuerst muss er nach Hause kommen gut schön in die Burg wo die herkommen also Leon möchte gerne ja haben das recht jo mehr ist ja nicht nötig oh dafür brauche ich jetzt die Assassine da will jemand oh da will auch jemand oder das ist ein Diplomaten das könnte auch ein Diplomat sein das sieht eher aus wie ein Priester so Rebellen noch mal vorwärts ja es ist ein Priester ich bin nicht hier um zu verhandeln sondern um zu predigen so ähm dann machen wir immer hier nicht damit wir da ja also ein Assassine sehr gut wir brauchen einfach gut Geld sind wir nur noch 23 aber grün wir haben 24 so das haben wir okay die Ungarnen haben mit Venedig eine Allianz gemacht und mit dem Fettimit das sind die Türken jetzt muss ich mal kurz schauen welche die Fettimit sind wo steht das nein das sind die Hand da nicht hä wieso haben wir mit denen gut das sind die Ägypter okay wieso haben wir mit denen gut beim Apotheker Apotheker so schön verstecken da kommt die Kacke runter also ähm jo das ist ein Nervarber an bis die Gebäude nicht fertig so dann schauen wir hier mal Fell können wir ja nicht schauen wie viel ah hier Riga ist aber auch polnisch was ist ein Kiefer Russ hm irgendwo hier muss Kiefer Russ also Kiefer Russ die müssen immer noch wachsen das 800 Leute dauert noch ich möchte so effektiv wie möglich sein aber wie schaut mal in die Kommentare was ich warten sollte was nicht und ja gibt halt nicht viel Geld aber nee ich muss sparen also den nächsten Trupp den nächsten Ding haben wir den wir machen mal B18 Assa für Assasino ah genau die wollen noch zurück oh je den Türken geht es nicht so gut ok ok erstmal Belagerung was machen die die wollen umverdenkt natürlich ihr Königreich dann auch verteidigen können vor Kätzern und so ja weil die Religion nicht stimmt aber heftigst wie viele Herr Priester türkisch lernt Herr Seiset warum jetzt genau also was haben sie eingenommen hier ne die stört nicht äh da unten vielleicht irgendwas also wir gehen jetzt mal wo müssen wir also sind wir müssen hier wir müssen diesen imam äh also den so die sehen geil aus sehr undeterliert aber die sind verschwommen aber geil gut ähm und der hier könnte dann auch noch sterben weil die machen ja weder grün schier also muss der auch weg so ja ja gut jetzt sind wir nur noch 21 also 21 Buch und in Mecca haben wir Clearance ah genau das das Abholzen sozusagen ja dann müssen wir eigentlich das nehmen ja deshalb haben wir auch Geld gespart für die kleinen städte aber ja die die neu sind so dann haben wir eigentlich hier noch einen und jetzt könnten wir so langsam gehen dann schauen wir mal kurz hier hier haben wir es Trebizont ich glaube so langsam soll ich wieder zurückgehen mit dem was ist der wille eine ne allianz mit dem russ ja ok dann 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 ich also wenn hier russen sind wo sind denn dann die russ da waren die hier oben nein ich weiß gar nicht wo die sind ich habe es einfach früher gedacht die sind in st petersburg oder gibt es die gar nicht wo ist denn die ich verstehe es nicht so richtig da spiele ich auch zu wenig oft hintereinander ähm die Papalstatus da dieser komische Vogel da Grand Kiewen russ ok also alliierte sind Saddam und Rom und die Gegner sind sind die in Spanien irgendwo wenn da Gegner Leon heißt oder sind die irgendwo Sizilien auch Ägypten hier hätten wir vielleicht noch zwei Städte könnten schon sein dass die irgendwo hier in Polen äh Polen Barcelona sind oder so ähm ja irgendwo gut ähm eben äh ich weiß gar nicht die wünscht die haben wir ja dann sind wir fertig ja gut also schauen wir jetzt in dieser Runde noch ein bisschen uns um ähm schauen dass wir da den Imam töten also den Priester töten können bei uns bei uns heißen sie ja Imam wusste ich eigentlich gar nicht so richtig dass die Imam heißen die ja Priester sozusagen ist wahrscheinlich ungefähr das Gegenstück der Priester es ist der Wille des Sultans okay ich könnte sie erforschen vielleicht oh Schätze ah jetzt ist nur einfach gut der ist ziemlich gut gar nicht dass wir das schaffen und hier ist der andere also jetzt ohne dass ich jetzt angreife 34% 50% es ist meistens nicht so dass es 50% ist es ist weniger 40% also ich könnte irgendwo Kaufmänner suchen die sind glaube ich ein bisschen einfacher aber der ist jetzt noch ein bisschen zu schlecht das heißt also wir müssen hier auch Priester ausbeten sonst haben wir keine Chance wenn es eigentlich gehen würde geht leider nicht der da ist aber in diesem wir tun ihn jetzt einfach mal so dann ist er richtig das ist ein Weg das ist ein Weg das ist nicht die Grenze ok und dann haben wir hier ja wer in der Regel ist wahrscheinlich falsch wie gesetzt aber ähm ok wir haben den Wungen wohl sehr gut also Medina du brauchst ich denke den Markt zuerst ok wenige Einnahmen Steuereinnahmen hm das wäre schon gut wenn wir hier nochmals den Tempel nehmen also machen wir auch hier bräuchten wir vielleicht dann auch einen Diplomat ja und ja hier muss einfach geschaut werden also so wie es aussieht West jetzt einfach genau Orthodox nur um 5% aber Shia ist wahrscheinlich um mehr als 5% am wachsen Korruption Unruhe religiöse Unruhe Gouverneurs Influence ok ähm ich glaube so langsam greifen wir einfach die Ägypte an das werde ich jetzt noch in diesem Part bisschen triggern wie kann ich dienen Soltan Befehle Soltan ok die Soldaten müssten ausgebildet werden wie kann ich dienen Soltan Befehle Soltan ok also wir wollen einfach für den nächsten Part mal triggern wir greifen wir greifen eigentlich die Burg hier an nein die Burg nicht nein nein hier unten ist das Wichtige wir müssten ihnen die Burg wegnehmen wir gehen jetzt einfach mal hier wir sagen hallo wir sind hier greift uns an und dann die Truppen kommen und dann können wir in die Burg einmarschieren und räumen ok dann machen wir noch kurz die Soldaten also die haben wir gehen dann haben wir hier oben äh da ok hier ist wirklich nichts aha Sinub so und hier gehen wir einfach mal ein bisschen zwischendurch hier oben muss noch eine Stadt sein was ist das ja was ist das ihr wünscht das ist ein Besteck ok muss ich mir merken ah hier ist blau hier könnte Kivan Ross sein das ist aber auch russisch das ist russisch ich bitte um eine audience mächtiger sultan just reacted ja san belöde es sind überall die russen hier raste ich sultan hier raste ich sultan ja es lohnt sich schon ok und etwas anderes habe ich ja nicht die ding ist fertig ok nösen gut also dankeschön fürs zusehen bis zum nächsten part und viel spaß noch tschüss